Aua! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5, das DLC. Ihr wisst schon was? Oh Gott, ich sterbe. Ja, Aua's of Darkness, das passt jetzt. Ich stehe auch unter Beschuss. Ja, wo bist du denn? Wo ist er denn? Ich stehe unter Beschuss, ich bin getroffen. Steht oben auf dem Felsen. Haben wir es denn jetzt? Also, dann gucken wir mal. Irgendwas Fernzündung ist gut, ja. Ja, dann geh doch weg da. Einmal. Oh, Mann. Also, wirklich. Ich habe doch gesagt, du sollst weggehen. Was hat er mich jetzt so vorbevoll angeguckt? Der soll mal nichts zu tun, als wäre es meine Schuld gewesen. Hat sie jetzt wieder genommen? Nein, was denn? Oh, Flak abgeschlossen. Ja, die zwei hier. Ja, das mache ich. Daten von Aufklärungsflugzeug. Was denn? Camp im Geisterdorf. Hier. Okay. Aber das habe ich doch noch... Hä? Also, ich verstehe das nicht. Wieso hat denn das, was ich schon aufdeckt habe, keine andere Farbe, als das, was man noch nicht aufdeckt habe? Das ist ein bisschen sehr verwirrend, finde ich. So, was haben wir hier noch? Oh, bitte ich? Das Kommandeur ist acht Flugzeuge. Wurden gesichtet beschossen. Eins wurde zerstört. Zwei Fallschirme wurden gesichtet südlich von hier. Der zweite im Südosten. Okay. Und da würde ich jetzt mal vermuten... Was ist denn das? Hä? Ähm. Ja. Da würde ich jetzt mal vermuten, da müssen wir hin. Ein Panther. Das sind hunderte. Neues Camp. Aber ich schätze mal, das Flugzeug fragt, müssen wir es selber suchen. Südlich. Direkt südlich von hier, hat er gesagt. Ja, ich habe es gemerkt. Dann lauf ein bisschen schneller. Ich sehe nichts. Bestimmt schon dran vorbei. Wir sollten auch wieder mehr südlich laufen. Was? Ne, da brennt es doch, oder? Ist es hier? Blübchen. Blübchen. Das ist gar nicht gut. Was ist das? Was ist denn das? Gas? Na, Palm? Was ist denn das für ein Zeug? Sauerei! Die wollen es aber wissen, ha? Ich sterbe! Hoppla! Ja, wo sind die denn? Ich sehe überhaupt nichts. Ah! Alter, wo denn? Wo denn? Wie oder die? Ich hoffe, die. Wow! Donnerwetter. Was? Hä? Halt mir den Rücken frei. Ich lege los. Na ja, schlecht schießen tut er ja nicht. Muss man neidlos anerkennen. Aber ich will jetzt da trotzdem runter. Soll er machen, was er will. Ja, in der Nähe. Finde ihn mal. Ich sehe nichts mehr. Alles verschwungen hier. Ähähähähähäh. Wo denn? Au! Au, au, au. Was ist denn das für ein Zeug? Ja super, jetzt kommen wir nicht mehr aus dem Wasser raus, oder wie? Du machst es schon! Ja, bin ich jetzt blöd? Ich muss mal die Markierung wegmachen. Das verwirrt mich. Ja, ja. Weiß ich. Wo? Wo denn? Ja, der muss doch hier irgendwo sein. Hier, hier. Da ist eins und da ist eins. Was? Das sagt man doch nicht. Bist du ruhig? Ähähähähäh. Ähähähähäh. Oh. Haben wir jetzt auch Gott sei Dank. Jetzt sehen wir wieder normal. Das ist ja fürchterlich. Was? Ich seh's nicht. Oh. Wow. Wo denn? Ja, du scheiße. Ich seh sie und dann ist überhaupt keiner da. Super. Ui, 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 ui. Was? Stimmt's überhaupt nicht? Das war meine Special-Bambus-Stock-Attacke. Du spinnst ja wohl. Unerhört. Da müssen wir links. Da ist er ein bisschen beigebracht. Da ist der Fallschirm. Da kann der Pilot ja nicht weit sein. Schon wieder. Meine Güte. Ich will doch nur ein Feuerzeug. Wir haben's. Ja, dann schieß, wenn du sie siehst. Hier. Gib mir Feuer, schutz. Ich lade da. Stirb. Hier ist ja was los. Sag ja. Im Dschungel ist die Hölle los. Von mir aus. Leg lieber los mit Klettern. Hopp. Oh, die sind aber sehr geländegängig. Nicht. Ein Fröschilein. Neuer Bunker. Erstmal aufsammeln. So. Hier neun. Oh Gott. Der ist bestimmt auch wieder so ewig tief. Und mit so vielen Gängen. Oh. Ah. Wow. Ja. Ja. Und jetzt filmt man hier was. Das ist ja ganz toll. Ist das vielleicht Blis? Ja. Bericht des Kommandeurs. Da kriegen wir jetzt bestimmt wieder was. Ah, der Lautsprecher. Neue Position. Was? Oh. Oh. Welche geben wir denn da her? Die da? Nee, kann man nicht tauschen. Oh. Ich hab wieder ein Scharfschützengewehr. Wir sollten hier mal gucken, dass wir weiterkommen. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Ach, war es das schon? Boah, die Husterei. Wie sehr er denn jetzt rauskommt? Oder ging es da noch weiter? Da kennt sich ja kein Mensch nicht aus. Ich glaube, da geht es einfach nur ringsherum, oder? Und in der Mitte ist der Raum. Ja. Äh, äh, äh. Okay. So, dann haben wir ja jetzt Positionen gekriegt. Bunker. Dann gehen wir mal zur Banteng Farm. Weil aufdecken, haben wir gesagt, wollen wir ja alles. Oh, das zeigt also auch. Sehr schön. Ich dachte schon, das war's. Hast du gedacht? Ja. Hast falsch gedacht. Nicht immer so pessimistisch sein. Befreie die Fahnen. Jawohl. Mach mal. Jawohl, begib sich zu der Position und besuche den Ort. Ja, das werden wir gleich sehen. Sehr viele. Oh! Oh! Ja, sage mal. Sind ja ganz schön zäh. Geht's nimmer. Na. Hey. Jawohl. Sehr schön. Stirb. Habt ihr gesehen? Das hat nicht gezählt als entdeckt. Also war es unentdeckt. Jawohl. Das war doch kein Glück. Was quatscht der da immer? Mach ich ja. So, Informationen haben wir auch wieder bekommen. Drei von fünf. Fehlen bloß noch zwei. Wow. Was hat der denn da in der Hand gehabt? Ich wusste gar nicht, dass die so explosiv sind. Feuer. Au. Zu spät. Aber schön, dass wir jetzt wieder snipern können. Das mag ich. Oh. Das wird mir besser nicht drauf schiessen, denke ich. So, gucken wir mal auf die Karte. Wie sieht's da aus? Okay, da waren wir. Und dann können wir... Ah, jetzt haben wir wieder neue Sachen dazu bekommen. Hier. Ist wieder so ein Kommandant. Würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Für diese komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Und freue mich natürlich, wenn ihr aber im nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit. Und ich sage Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020